Die AfD hat ihren Bundesparteitag im Streit vorzeitig beendet. Auslöser war die sogenannte Europa-Resolution, für die neben anderen Rechtsaußenpolitiker Björn Höcke war. Parteichef Krupalla kritisierte die Resolution, fordere die Auflösung der EU und eine zu große Annäherung an Russland. So war darin zum Beispiel nur von einem Ukraine-Konflikt die Rede, nicht aber von einem Krieg. Untertitelung des ZDF, 2020